Mit dem Camper zu reisen, bedeutet Freiheit pur. Dazu ein eigenes Fahrzeug zu unterhalten. Kaum nachhaltig und wirtschaftlich nicht besonders klug, oder? Wieso kann ich meinen Kastenwagen nicht als Camper und als Transporter nutzen? Flexibel und spontan, so wie es mir gerade in den Sinn kommt. Einfach einschieben, ausbreiten und ab geht's. Auf große Reise. Okay, kein Problem. Hier kommt schon mal ein Versuchsmodell, sozusagen ein Prototyp für Dich zum Nachdenken. Der Ruckzuck Camper Ausbau. In Nullkommanichts zum eigenen Camper. Ruckzuck eingebaut und ruckzuck wieder ausgebaut. Verwandle einen Transporter in einen Camper und wieder zurück in einen Transporter. Erlebe die Freiheit, wann immer Du willst und nutze Dein Fahrzeug, wie immer Du willst. Der Anfang ist gemacht, jetzt bist Du gefragt. Es sind die Ideen, die uns inspirieren und antreiben. Der Ruckzuck Camper Einschub. Erdacht, gemacht, gelacht. So einfach ist das. Videoproduktionen und mehr. Erdacht, gemacht, gelacht. Neeein Sweet. ann- Vielen Dank.